Worum geht es denn in der Aufgabe 159? Also wahrscheinlich um einen Parallelschwingkreis. Kann ich mal ein zeichnen? Richtig, kann ich nicht viel bei verkehrt machen? So, also ein Parallelschwingkreis besteht aus einem Widerstand, besteht aus einer Induktivität und einer Kapazität, alle drei parallel geschaltet. Und jetzt ist die Frage, wie ist das in der Aufgabe? Gibt es da eine Spannungsquelle, gibt es da eine Stromquelle? Was passiert da so schönes? Es steht nur, dass ein Parallelschwingkreis ist. Dann mache ich hier vorne einfach offene Klemmen, da kann man auch nicht viel bei verkehrt machen. So, und der hat einen Widerstand, der hat eine Induktivität, der hat eine Kapazität, wie schon vorhin erzählt, wenn man den jetzt real aufbauen will. Das ist so ähnlich wie jetzt in meinem Experiment, was gerade so ein bisschen fehlgeschlagen ist. Also in der Spule, also wenn ich das real aufbauen will, brauche ich natürlich eine Spule. Und die Spule hat eben potenziell hier auch irgendwie so einen kleinen Widerstand. Und der kickt dann da rein und der macht eigentlich das ideale Verhalten kaputt. Aber den betrachten wir jetzt mal nicht, den vernachlässigen wir. Also es gibt auch Aufgaben, wo man den mit rein rechnet, aber jetzt bei der Aufgabe weiß ich nicht. Oder keine Ahnung, was sagt denn jetzt die Aufgabe, wie schön ist? Der Widerstand hat ein Kilo um... Der Widerstand. Ja. Die Spazität sind 10 Mikrofahrrad und die Induktivität sind 0,1. So, also ein Kilo Ohm, C ist, was ist ein Mikrofahrrad? Äh, genau. Und L ist? 0,1. 0,1 Henry. So, das sind so im Prinzip irgendwie recht übliche Werte, würde ich jetzt mal sagen. Also das wären ja 100 Millihenry, wenn man sich erzählt hat, was ich jetzt in meinen Experimenten immer sagte, heute 1 Millihenry, sonst 10 Millihenry. Also 100 Millihenry ist dann nochmal schon auch eine ganz schöne Spule, ne? Da muss ich ganz schön viel Draht aufwickeln, um das hinzubekommen. Und der hat dann potenziell eben relativ viel von diesem Widerstand hier. Ähm, naja, und ich hatte jetzt immer 100 Nano-Farad, äh, das sind jetzt ja 1000 Nano-Farad. Und deswegen waren jetzt bei mir irgendwie diese Knickfrequenzen und Resonanzfrequenzen immer eher so im Kilohertz-Bereich. Und wenn man das jetzt hier mal ausrechnet, ähm, werden wir wahrscheinlich eher irgendwie so im paar 100 Hertz-Bereich landen. Und das soll man jetzt wahrscheinlich auch ausrechnen, richtig? Was ist denn die Aufgabe, heute schon? Wann ist Kreisfrequenz? Das können wir doch auf jeden Fall schon mal machen. So, wie lautet die Formel für die Resonanzkreisfrequenz? 1 durch. Genau, und dann kommt das Omega R raus. 1 durch Wurzel LC. So, und jetzt können wir Zahlenwerte einsetzen. Da wir die ja haben. Oh, meine Schaltung ist so, wenn ich jetzt von hier gucke, ist es so ein bisschen schief, aber ist egal. So, also. Für L schreibe ich mal 10 hoch minus 1. Ich schreibe einfach 0,1. So, Henry, Henry kann ich auch schreiben als. Um jetzt mit den Einheiten rumzurechnen. Genau, also hier kann ich auch schreiben 10 hoch minus 1, ja. So, und die Frage ist jetzt, wie kann ich das Henry auch schreiben? In anderen, in Grundeinheiten. Genau, das sind Voltsekunden pro Ampere. Also hier haben wir Voltsekunden pro Ampere. So, dann haben wir ein Mikro. Das sind wirklich 10 hoch minus 6. So, wie kann man Verrate auch schreiben? Ampere Sekunde durch Volt. Also weil, haben wir ja gerade gelernt, Dualitätsprinzip. Also wenn Induktivität und Kapazität die dualen Sachen sind, dann müssen die Einheiten auch dual sein. Mache ich aus dem Volt ein Ampere, aus dem Ampere ein Volt. Die Sekunde bleibt eine Sekunde. So, dann haben wir 10 hoch minus 1, 10 hoch minus 6 sind 10 hoch minus 7. Davon kann man dummerweise jetzt nicht so richtig die Wurzel ziehen. Zumindest nicht im Kopf, weil da jetzt, also 3,5, 10 hoch minus 3,5 rauskommt. Also 10 hoch 3,5 über dem Bruchstrich. Also irgendwas zwischen 1000 und 10.000 und Wurzel von 10 sind ungefähr 3. Also müsste da 3000 rauskommen, sage ich jetzt mal so. Was sagt der Taschenrechner? 3.162. So, und die Einheit kann man sehen, Volt kürzlich gegen Volt, Ampere gegen Ampere, bleibt Sekunde zum Quadrat über. Die Wurzel davon macht Sekunde, 1 durch Sekunde macht 1 durch Sekunde. So, lassen wir einfach als 1 durch Sekunde stehen, weil es soll ja eine Kreisfrequenz sein. So, und wie kriegen wir jetzt aus dieser Kreisfrequenz eine Frequenz ausgerechnet? Durch 2 Pi teilen. Also Omega R durch 2 Pi. So, das durch Pi macht, ist ja fast Pi, macht 1000. Das durch 2 macht 500. Ich schreibe jetzt mal roundabout 500 Hertz hin. Irgendwie sowas in dem Dreh wird das schon sein. So, und nochmal. Kreisfrequenzen schreiben wir in 1 durch Sekunde. Frequenzen schreiben wir in Hertz. Ist prinzipiell genau das Gleiche. Aber um den Unterschied zu kennzeichnen, das eine ist eine Kreisfrequenz, das andere ist eine Frequenz. Unterschiedliche Einheiten. Wenn wir uns mal über komplexe Leistungen unterhalten, oder ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Da hat man ja sowas ähnliches. Da nimmt man eben Watt für die Wirkleistung, Volt Ampere reaktiv für die Blindleistung, Volt Ampere für die Scheinleistung. Am Ende ist es auch alles genau das Gleiche, aber unterschiedliche Einheiten bei unterschiedlichen Größen. So, ja, und also wie jetzt schon mal so geschätzt, da kommt irgendwas im paar hundert Hertz Bereich raus, so wie man jetzt so erwarten würde. Ja, also wenn da jetzt irgendwie Megahertz und Gigahertz rauskommen, wäre das komisch. Wenn da jetzt irgendwie Millihertz und einzelne Hertz und so rauskommen, wäre das auch komisch, weil dafür braucht man eben wirklich absurd große Kapazitäten und Induktivitäten, um das irgendwie zu erreichen. So, das ist eine Aufgabe im Teil A. Was mal auch noch schön ist. Man soll den Strom mit Abhängigkeit von der Kreisquellen für eine Sinusquellen mit Spannung nicht mehr zu haben wollen. Genau, also kommt doch jetzt hier doch irgendwie eine Spannungsquelle zum Tragen. Und diese Spannungsquelle soll jetzt natürlich sinusförmig sein und soll 100 Volt haben. Also keine Gleichspannung, das ist jetzt irgendwie, kann ja, wie wir so schreiben, U-Effektiv ist gleich 100 Volt. So, und jetzt, der Strom ist wahrscheinlich damit gemeint, der Strom, der hier komplett durch diesen Resonanzkreis fließt, richtig? So, I von, schreibe ich jetzt auch, I von J Omega. Und ist der Strom gesucht als komplexer Zeiger? Ist der Strom einfach nur gesucht als, hat der einen Strich drunter, hat der keinen Strich drunter? Kein Strich. Also, okay. Also sagen wir, wir suchen im Prinzip den Strom von Omega und das wäre sowas wie der Betrag des komplexen Zeigers, der meinetwegen von J Omega abhängt. Gut, aber wir suchen jetzt den Strom. So, den haben wir beim letzten Mal, wenn ich mich dunkel an die letzte Woche erinnere, auch schon mal gesucht. Wie rechnen wir jetzt den Strom aus? Genau, U durch Impedanz, ja. Also nehmen wir, ja, unser U effektiv oder das U von der Quelle und rechnen durch die Impedanz und die Spannung ist ja konstant über der Frequenz. Die Impedanz wird jetzt auch natürlich von der Kreisfrequenz oder Frequenz abhängen und wenn es uns hier nur auf den Betrag ankommt, dann schreibe ich hier auch nur den Betrag hin. Okay, also die Spannung kennen wir, wenn wir den Strom ausrechnen wollen, brauchen wir die Impedanz. So, ja, wie kriegen wir jetzt die Impedanz raus? Ja, kann man jetzt so machen. Also schreibe ich mal so auf. Also, was jetzt falsch wäre, ich schreibe mal so falsch auf. Ich schreibe es erst mal falsch auf und mache es gleich richtig. Also, wenn man jetzt aufschreibt C, R, Parallel C, Parallel L, dann ist das alles so ein bisschen komisch, weil, also wenn ich jetzt diese Parallelschaltung ausrechne, rechne ich ja irgendwie sowas wie R, also das eine mal das andere durch das eine plus das andere und man kann nicht R plus C rechnen. Ja, also was ist damit gemeint, wenn wir das so aufschreiben? Genau, also Z, C und Z, L. Ja, also hier ist immer jeweils die Impedanz gemeint an der Stelle und nicht die eigentliche Größe an sich. Naja, so und, also schreibe ich mal Z, C und Z, L. Naja, und jetzt kann man sich darüber streiten, ob man das jetzt, ob man das so rechnen kann, eigentlich nicht. Also eigentlich muss ich das jetzt hier wirklich komplex rechnen und dann am Ende den Betrag nehmen davon. Naja, und wie würden wir das jetzt machen? Wie würden wir jetzt diese Parallelschaltung ausrechnen? Ja, genau, also eigentlich ist es schlauer, ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt anfange, das so zu rechnen, wie wir es sonst noch mal hatten und sage, okay, ein Z1 parallel zu Z2, ja, kann ich ja allgemein so rechnen, dass ich sage Z1 mal Z2 geteilt durch Z1 plus Z2. Das ist das Plus, was ich vorhin meinte, wo das, was eben nicht geht, wenn das ein R und das ein C ist oder wenn das ein R und ein L ist, dann geht das einfach nicht von den Einheiten her. Ist nicht sinnvoll. Ich könnte jetzt das nehmen und das darauf anwenden. Ja, ist aber nicht wahnsinnig schlau, das zu machen jetzt an der Stelle, weil das einfach irrsinnig kompliziert wird. Ja, so und dann kommt hier was ganz Wildes bei raus und dann müssen wir ja das hier irgendwie einsetzen und noch wieder dadurch teilen. So, also eigentlich ist viel schlauer zu sagen, naja, Z1 parallel Z2, wie kann ich das rein prinzipiell noch ausrechnen? Das ist ja im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Genau, also ich kann, ich kann das auch so rechnen, indem ich sage, schreibe ich mal andersrum hin, also nicht das, sondern 1 durch diese Parallelschaltung und das ist ja auch interessanterweise nachher genau das, was ich haben will. Ich will ja nicht die Impedanz haben, sondern ich will 1 durch die Impedanz haben und 1 durch die Impedanz kriege ich eben raus aus 1 durch Z1 plus 1 durch Z2. So, und das ist schon mal schöner, weil da, also hier tauchen, das ist zwar am Ende vielleicht irgendwie einfach auszurechnen, gerade wenn man nur Widerstände hat, aber hier tauchen die jetzt ja jeweils nur einmal auf. So, und ich würde das jetzt ja noch anders hinschreiben, also, wie gesagt, das ist prinzipiell richtig, hilft uns aber nicht so wahnsinnig viel. Ich würde eben sagen, okay, ähm, die Impedanz ergibt sich aus 1 durch die Admittanz oder ich könnte hier oben auch einfach sagen, das wäre Admittanz von Omega, äh, jetzt muss ich mir ein bisschen quetschen, äh, mal U effektiv, ja, dann spare ich mir den Bruch, also, ich muss nicht, um den Strom auszurechnen, nicht Spannung durch Impedanz rechnen, ich kann auch Admittanz mal Spannung rechnen oder Spannung mal Admittanz. Und weil das ja eine Parallelschaltung ist, ist ja die Admittanz viel einfacher auszurechnen, weil Admittanz einer Parallelschaltung ist einfach Summe der Einzeladmittanzen. Ja, also das Y von Omega ist jetzt viel einfacher, weil ich im Prinzip irgendwie sowas wie hinten rechne, also genau das, was da hinten steht, rechne, ich rechne 1 durch R, ich rechne 1 oder wenn ich das in der gleichen Reihenfolge mache, wie hier, dann rechne ich plus J Omega C und dann plus 1 durch J Omega L. Ja, so, und das ergibt mir natürlich was Komplexes und davon will ich jetzt nur den Betrag haben. Ja, und dann kann ich wieder irgendwie so ein paar Tricks 17 machen. 1 durch J ist wieder Minus J und dann kann ich zum Minus J ausklammern und dann kann ich hier auch schreiben, das wäre 1 durch R plus J Omega C Minus, ja, wieder der Trick irgendwie zwischen äh, und hier ist kein C, hier ist, wisst ihr, das, hier fängt es schon an, das ist ein L, Minus 1 durch Omega L Betragsstriche und den Betrag kann ich jetzt natürlich auch auflösen, indem ich hier so eine Wurzeloperation mache und sage, das ist eine komplexe Zahl, die hat ein Realteil, die hat ein Imaginärteil, wenn ich den Betrag haben will, nehme ich den Realteil zum Quadrat, nehme ich den Imaginärteil zum Quadrat, davon die Summe und dann die Wurzel, also steht hier 1 durch R Quadrat plus Omega C Minus 1 durch Omega L Quadrat, so, und dann stellt man fest, das ist eigentlich und auch uneigentlich natürlich wieder sowas sehr ähnliches oder eben alles zu dem, was wir letzte Woche da schon mal hatten, ja, und die Admittanz ist eben ja, irgendwas, was konstant ist zum Quadrat plus irgendwas, wo dieses Omega mal irgendwas Minus 1 durch Omega irgendwas Klammern zum Quadrat steht, das genau das gleiche hatten wir letzte Woche für die Impedanz vom Reinschwingkreis, ja, und das heißt, das verhält sich auch wieder genauso ähnlich, also, wenn ich mir jetzt das angucke, wie sich das über der Frequenz verhält, zeichne ich jetzt wahrscheinlich mal hier drunter irgendwie hin, ja, also hier unten so Frequenzachse, irgendwie logarithmisch skaliert, und das wird jetzt mal hier meine, vielleicht in einer anderen Farbe, meine Admittanz Y von Omega oder von F oder einfach Y macht vielleicht die Sache einfacher, einfach Y so, dann können wir wieder gucken, also was passiert bei Tiefenfrequenzen, ja, bei Tiefenfrequenzen ist das Omega ganz klein, 1 durch was ganz Kleines wird ganz groß, so, das ist klein, dann gewinnt das Große, das Große zum Quadrat ist noch größer, das gewinnt gegen das R, das wird auf jeden Fall klein, ja, also wir fangen hier mit irgendwas Kleinem an, so, und dann kann man sich überlegen, wenn die Frequenz größer wird, das wird größer, dann wird dieser Teil kleiner, ähm, nee, warte mal, habe ich jetzt richtig erzählt, nee, Quatsch, wir fangen ja mit was, wir fangen mit was Großem an, Entschuldigung, ja, so, jetzt wird die Frequenz größer, ähm, 1 durch was Größeres wird kleiner, das wird kleiner, äh, gewinnt aber immer noch, aber es wird irgendwie kleiner, so, also Admittanz wird kleiner, 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 so, dann haben wir irgendwo so diesen Punkt erreicht, wo, wo sich die Teile genau gegenseitig aufheben, wo das genau 0 ergibt, dann bleibt nur dieses 1 durch R über, ja, also das zum Quadrat und davon die Wurzel, das ist dann hier irgendwo das, sozusagen das Minimum, was wir erreichen, und dann, wenn ich zu hohen Frequenzen gehe, wenn das Omega groß wird, 1 durch was Großes wird klein, aber hier habe ich dann was Großes, was Großes zum Quadrat bleibt was Großes, das gewinnt gegen das, und je größer das Omega wird, desto größer wird auch das ganze Ding, also das heißt, das steigt wieder proportional zur Frequenz an, und dann kriegen wir irgendwie so einen Verlauf raus, also hier ist das proportional zu 1 durch Omega, hier ist das proportional zu Omega, hier hat es genau diese Resonanzfrequenz, die wir hier gerade ausgerechnet haben, hier unten ist genau das Fr, und das Minimum, was wir hier haben, für die Admittanz, das ist genau 1 durch ja, so, so sollte die Kurve für die Admittanz aussehen, und jetzt kann man sich eben überlegen, naja gut, wenn wir jetzt einfach Admittanz mal Spannung multiplizieren, und die Spannung ist konstant, was passiert dann Schönes? Na ja, dann sieht die Kurve für den Strom eben einfach genauso aus, ja, also wenn ich jetzt noch eine andere Farbe nehme und sage, mit der anderen Farbe male ich jetzt den Strom in Abhängigkeit von der Frequenz oder von Omega hier ein, ja, ich habe jetzt ja da unten irgendwie eine Frequenz Achse benutzt, hätte auch einfach Omega dran schreiben können, Omega R dran schreiben können, aber egal, jetzt habe ich irgendwie hier Frequenz geschrieben, so, dann sieht das natürlich ganz genauso aus, kann ich jetzt einfach drüber zeichnen, ich zeichne die mal so ein bisschen, ja, also die macht dann natürlich genau das gleiche Verhalten und hat hier unten auch irgendwo ein Minimum und das Minimum ist dann einfach U durch R ja, also die ist, genau, also die hat natürlich, die hat die Einheit Siemens, die hat die Einheit Ampere, deswegen sage ich ja, also hier unten für das Minimum kommt jetzt raus unser U effektiv durch R oder eben das, was wir vorher hatten, 1 durch R mal U effektiv, so, relativ logisch. Ja, und jetzt kann man sich das nochmal überlegen, ob das auch irgendwie sinnvoll ist, also wir legen hier diese Spannung an und jetzt gucken wir mal, wo der Strom langfließen könnte, der Strom kann immer über den Widerstand fließen und da ändert sich auch prinzipiell nichts dran mit der Frequenz und jetzt ist es so, bei tiefen Frequenzen wird ja irgendwie diese Induktivität wie ein Kurzschluss sein, weil die Impedanz, die wir hier haben, ZL ist J Omega L, die wird eben, desto kleiner die Frequenz wird, umso kleiner wird die, also bei tiefen Frequenzen kann hier ganz viel Strom durchfließen, ja, also kriege ich da zu tiefen Frequenzen potenziell immer mehr Strom und bei hohen Frequenzen Z C ist 1 durch J Omega C, desto größer die Frequenz, desto kleiner die Impedanz zieht, desto mehr Strom kann hinten lang fließen und deswegen fließt dann bei hohen Frequenzen eben der Strom über die Kapazität und desto höher die Frequenz wird, potenziell, desto größer wird der Strom. So, jetzt kann man sich eben noch überlegen, naja, wenn wir jetzt diesen Widerstand hier hätten, dann würde zu tiefen Frequenzen könnte zwar hier durch die Induktivität praktisch beliebig viel Strom fließen, aber irgendwann wird der Widerstand hier wirksam und ich meine, der Widerstand würde mir den Strom irgendwann begrenzen und das ist auch genau das, was man gerade vorher in dem Experiment gesehen hat, dann knickt die Kurve einfach irgendwie so ab, weil die irgendwann auf den irgendwann auf sich auf diesen Widerstand da einpegelt und ich meine, was, was dann noch so passieren würde ist, naja, irgendwann hat natürlich hier die, die Kapazität hat auch ein bisschen Anschlusswiderstand, aber der wird gegenüber dem hier wird der deutlich geringer sein, aber die Kapazität so je nach Packaging und was man da so hat, hat die natürlich auch noch mal ein bisschen Anschlussinduktivität und diese Anschlussinduktivität kann ich noch mal eine andere Farbe bemühen, jetzt haben wir noch grün, also diese Anschlussinduktivität, die parasitäre von dem, ne, erinnern wir uns an die Messung letzte Woche, da so Eigenresonanz von der Kapazität, dann würde eben irgendwann hier sowas auftauchen, dass es hier solche Gegenresonanz gibt bei hohen Frequenzen und dass das dann eigentlich wieder so ein bisschen runtergeht oder irgendwie sich auf irgendwas, was dahinter passiert, ist so ein bisschen unklar, aber in einem begrenzten Frequenzbereich hat man schon dieses einigermaßen ideale Verhalten und wenn man dann zu beliebig niedrigen und beliebig hohen Frequenzen geht, dann weicht das auch wieder ab, weil in der Realität die ganzen Baelemente eben nicht ideal sind, sondern real. War das schon die ganze Aufgabe? Nein, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Na gut, die Glitte relativ abzumte Brandbreite und 45 Grad geteilt. Und am Ende soll die Ortkurve Brand zählt. Also eigentlich genau das gleiche, was wir letzte Woche gemacht haben, bloß andersrum. So, na gut, dann war das B, dann kommt jetzt wahrscheinlich C. Dann können wir jetzt überlegen, so Güte, wie kann man Güte ausrechnen? Genau, R mal Wurzel C durch L. So, und kann ich auch ein bisschen hochschieben. Ich habe glaube ich hoffentlich eine Markierung gemacht, dass ich auch da runterschieben kann, ja. So, naja, setzen wir einfach Zahlenwerte ein. Also, steht ein Kilo Ohm mal so, C waren ein Mikro, das sind 10 hoch minus 6 Ampere Sekunden pro Volt und hier unten hatten wir 10 hoch minus 1 Volt Sekunden pro Ampere. Da kürzen ich genau die Sekunden. dann können wir das oben schreiben auch als Volt pro Ampere und dann kürzen sich nachher hier die Ampere gegen die Ampere Quadrat mit der Wurzel die Ampere geben und die Volt Quadrat mit der Wurzel zu dem Volt hier. So und dann sind 10 hoch minus 6 durch 10 hoch minus 1 sind 10 hoch minus 5 Daraus kann man auch wieder so ein bisschen blöd die Wurzel ziehen aber es sind eben 10 hoch minus 2,5 also irgendwas zwischen ein Hundertstel und ein Tausendstel ja also und dann müssten da jetzt meines Erachtens muss da natürlich so ein ähnlicher Zahlenwert wie hier raus kommen postuliere ich jetzt mal so also wir haben das ein Kilo hier vorne schreibe ich mal als 1000 ja und hier eben was zwischen einem Hundertstel zwischen einem Tausendstel und einem Hundertstel also ich sag mal da sollte 0,00316 rauskommen hat das mal im Taschenrechner nachgerechnet genau und ich meine jetzt machen die 1000 verschieben das Komma hier und dann kommt da 3,16 raus so und dann stellen wir wieder fest naja 3,16 als Güte ist jetzt nicht so prall das ist so wie in meinem Experiment in der Vorlesung und da ist mir jetzt auch eingefallen warum bei dem Widerstand warum wir da mehr gemessen haben naja weil ja in der Spule auch noch Widerstand drin steckte und in dem Kondensator vielleicht auch noch ein bisschen irgendwelchen Kälbchen und wir haben ja nur über den Widerstand gemessen und dann ist das natürlich dann schon ein bisschen mehr also nur über dem expliziten ist nicht doll ja wir sehen wir müssten jetzt bei dem Parallelschwingkreis um die Güte besser zu machen müssten wir den Widerstand erhöhen also der Widerstand müsste größer sein dann ist ja klar da fließt weniger Strom durch den Widerstand weil das ist ja wieder der der Verluste macht desto weniger Strom hier fließt desto mehr Strom fließt der im Verhältnis hier da wo eben Energie gespeichert wird also haben wir mehr Energie gespeichert weniger Energie die verloren geht und dann kriegen wir auch eine höhere Güte hin an der Stelle ja und mit dem C und L kann man sich wieder überlegen dass das hier jetzt hier steht jetzt das C oben das haben wir letztes Mal ja auch so ausführlich diskutiert warum steht das C oben und das L unten naja wenn ich mir jetzt wieder gespeicherte Energie angucke ja hier habe ich ja C halbe U Quadrat wie wir letzte Woche diskutiert hätten und hier habe ich sozusagen U Quadrat durch R als Verluste die Verluste standen unten das durch R wird dann zu einem R da oben aber deswegen steht das C hier und weil das mit dem L wieder also wir gucken irgendwie Spannung und also hier hängt die Energie hängt ja mit der mit dem Strom zusammen und in dem Strom steckt aber ein 1 durch Omega drin und dann wandert das L nachher hier unter dem Bruchstich in der Formel wenn wir jetzt noch mal die Herleitung machen könnte man sich jetzt vollkommen dual zu dem anschauen was wir letzte Woche da gemacht haben so also auf jeden Fall kommt das für die Güte raus so wenn das für die Güte rauskommt dann kann man auch eine relative Bandbreite ausrechnen ne also fast 1 durch Q so und dann kommt da wahrscheinlich 0,3 1,6 raus na keine Ahnung doch muss ja weiß ich nicht ne muss nicht doch vielleicht schon weiß ich nicht keine Ahnung ne kann ja eigentlich nicht also bei doch könnte schon kommt da 0,3 1,6 raus ja kommt schon ja ist ja ne muss ja ist ja logisch so okay und das heißt daraus können wir jetzt natürlich auch eine absolute Bandbreite ausrechnen weil diese relative Bandbreite die ist ja auch Bandbreite bezogen auf Resonanzfrequenz so wenn wir das in Richtung der Bandbreite umstellen steht da Bandbreite ist relative Bandbreite mal Resonanzfrequenz und dann haben wir eben die 0,33 mal diese 3000 und das macht wahrscheinlich genau 1000 sagt mir jetzt meine scharfe Rechnung im Kopf weil das ja hier das war ja sowas wie 10 hoch ein halb irgendwas und 10 hoch ein halb und dann muss sich dieses halb wieder zu einem ganzen ergeben also muss das wieder eine runde reine 10er Potenz sein dann an der Stelle richtig hat das mal nachgerechnet macht 1000 richtig macht 1000 so ist logisch ja also weil 3 mal 3 macht 9 und so und es sind ja ein bisschen mehr als 3 und deswegen kommt dann 10 aus 3 zum Quadrat sind 10 Wurzel 3 Wurzel 10 sind 3 alles so Ingenieur in der Ernährung das passt schon so also kommt da 1000 raus und ich meine klar also weil die Güte ja weil die Güte jetzt nicht so groß ist ist das eben relativ breit und und vielleicht gar nicht so spitze unten sondern eher so ein bisschen rund ja ähm und und hat eben eine relativ große Bandbreite so und jetzt können wir natürlich aus der noch so näherungsweise die 45 Grad Frequenzen berechnen jetzt ist wieder die Frage äh mit also 45 Grad Frequenzen bezogen auf wie und was und auf Spannung und Strom und sowas ähm ich meine Spannung macht ja keinen Sinn also hier hier sollte das jetzt ja beides gleich sein ja weil einfach Spannung ist fest wenn das einen Phasenwinkel hat hat das natürlich irgendwie genau den gleichen Phasenwinkel so jetzt könnten wir uns überlegen wenn wir jetzt hier noch versuchen in das das ist jetzt hier so Betrag wenn ich hier mal versuche noch einen Phasengang einzuzeichnen vielleicht so gestrichelt wie in dem anderen Diagramm also wir machen jetzt mal irgendwie ein Phi Y ähm ja und das wird jetzt die gestrichelte Linie so also dann müssten wir vielleicht auf prinzipiell wieder auf das hier oben irgendwie gucken weil hier steht es ja noch komplex so wenn wir jetzt zu tiefen Frequenzen gehen ah es gibt eine Frage was ist wo die Güte die Güte muss die Güte muss 10 sein ja ja ah aber dann ändert sich doch hier dann ändert sich doch das hier auch also tatsächlich sind das wohl 10 laut Aufgabe ja so dann haben wir hier unten einen Faktor 10 mehr eins durch was größeres ergibt was kleineres dann kommt hier schon 1000 raus richtig also ihr muss jetzt ihr muss jetzt sozusagen Faktor 10 hier unten mehr sein dann muss das ja kleiner werden dann kommt da 1000 raus so jetzt ist das hier größer also haben wir dann kommt hier natürlich sozusagen das mal 3,6 raus dann kommen hier 10 raus ja und dann haben wir hier entsprechend an der Stelle 0,1 und 0,1 von 1000 macht dann hier 100 1 durch Sekunde so naja haben wir gerade noch so nochmal gerettet so naja gut dann können wir zurück gucken auf den auf den Phasengang bei tiefen Frequenzen was dominiert hier welcher Teil gewinnt wenn ich eine kleine Frequenz einsetze in die Admittanz gewinnt der Teil hinten 1 durch was kleines wird groß und 1 durch j ist minus j also wir starten mit wir sollten mit minus 90 Grad starten wenn ich hier drüben jetzt mal solche solche Achse mir einzeichne für den für die Phase vielleicht sollte ich hier mal ein Weiß noch machen also das ist jetzt die Phase und ich sage mal hier sind minus 90 Grad hier sind 0 Grad hier sind 90 Grad ja dann sollte der Phasenwinkel im Prinzip mit minus 90 Grad anfangen so wenn wir bei der Resonanzfrequenz sind ist ja der Teil genauso groß wie der Teil heben die sich auf bleibt was rein Reelles über das ist 0 Grad das sollte dann irgendwo hier so sein ja und wenn wir zu hohen Frequenzen gehen eins durch was Großes wird klein aber hier was Großes wird groß dann haben wir J J und J zu 90 Grad also der Phasengang sollte so aussehen sowas ähnliches haben wir ja auch in meiner Messung da schon mal irgendwo so gesehen ja so und also weiß nicht ob ich das jetzt hier gut scharf gezeichnet habe vielleicht ist das auch also wenn die Güte groß ist dann sieht das eben ein bisschen steiler aus wenn die Güte schlecht ist sieht das noch ein bisschen flacher aus aber irgendwie so ungefähr sieht das aus so und das heißt wir hätten eine minus 45 Grad Frequenz die wäre eben irgendwo hier also hier wären minus 45 Grad und hier wären plus 45 Grad und das heißt wir hätten eine plus 45 Grad Frequenz die die wäre irgendwo hier f plus 45 Grad und wir hätten eine minus 45 Grad Frequenz die wäre irgendwo hier f minus 45 Grad und der Abstand zwischen diesen beiden Frequenzen eigentlich zeichne ich auch noch weiß ein der Abstand zwischen diesen beiden Frequenzen mache ich mal hier unten irgendwo das ist natürlich genau die Bandbreite bf ja wir haben jetzt hier bis jetzt haben wir b Omega ausgerechnet bf müssen wir noch ausrechnen so jetzt kommt hier natürlich irgendwie was anderes raus 1000 durch 2 pi rechnen kommen dann nicht 500 raus was 100 2 159 2 genau also muss ja genau vorher hatten wir 314 und davon jetzt eben die Hälfte so also 159 Hertz und das heißt wenn ich jetzt das hier mal äquivalent mache für für BS das kriege ich hier noch zwischengemogelt bf ist dann eben auch b relativ mal fr dann sind das 15,9 also jetzt in 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 grau quatsch in braun schon mit dem richtigen Zeilenwert gerechnet 15,9 also roundabout 16 Hertz so und jetzt ist die spannende Frage ähm tja wie können wir jetzt diese 45 Grad Frequenzen ausrechnen als zumindest mal näherungsweise dann können wir uns ja noch Gedanken darüber machen wie wir die ganz exakt ausrechnen ja okay vielleicht die Phase um in das 45 Grad verschieben und dann nochmal nach ja also genau wir könnten nachher hier sowas machen also bei 45 Grad ja wenn so ein komplexer Zeiger irgendwie genau 45 Grad Winkel hat plus oder minus oder in welche Richtung so dann ähm ist immer Realteil und Imaginärteil gleich groß und das wäre die exakte Lösung also wir können nachher hier sowas machen wie das ist der Realteil das ist der Imaginärteil die können wir beide gleichsetzen und dann können wir das umstellen nach der Kreisfrequenz und sollten genau die 45 Grad Frequenzen raus purzeln so wenn wir die jetzt aber mal näherungsweise ausrechnen wollen also wir sagen die Resonanzfrequenz die ist hier so in der Mitte näherungsweise ist die in der Mitte und dann ist die minus 45 Grad Frequenz so ein Stück nach da und die plus 45 Grad Frequenz so ein Stück nach da und der Abstand zwischen den beiden ist genau die Bandbreite so also wie könnten wir dann aus und die Bandbreite haben wir gerade schon mal ausgerechnet das sind 15,9 Hertz die Resonanzfrequenz kennen wir auch das sind 159 Hertz wie könnten wir dann wohl auf die und auf die kommen plus minus die halbe also wir könnten sagen die F minus 45 Grad Frequenz näherungsweise ist eben FR minus BF halbe und genauso könnten wir sagen die plus 45 Grad Frequenz können wir raus mit einem Plus näherungsweise so und da kommen jetzt natürlich dann irgendwie zwei Frequenzen bei raus also F minus 45 Grad muss ja kleiner sein so Netze 159 also von 15 ich sage mal 16 nochmal die Hälfte sind 8 das jetzt minus 8 sind 151 2 rechne ich jetzt mal so ganz 151 2 Hertz roundabout also ich mache hier mal ein näherungsweise draus und die F plus 45 Grad Frequenz sollte dann eben näherungsweise sein das plus 8 Hertz und das sind dann 167 2 Hertz und wahrscheinlich kommen natürlich andere Nachkommastellen raus weil so genau ich das jetzt alles nicht gerechnet aber irgendwie sowas in den Dreh ja so ok und ähm tja steht da in der Aufgabe man soll das auch exakt ausrechnen oder man soll das nur näherungsweise ausrechnen man soll das ausrechnen wie groß naja eigentlich also in einer Prüfung würde ich mich mit dem Ergebnis auch zufrieden geben ja also wenn man wollte könnte man das jetzt natürlich noch ein bisschen exakter machen so jetzt muss ich mal schauen was meine Markierung war so jetzt nehme ich mal äh das hier oben weg das war jetzt ja auch nur so ein bisschen Nebenrechnung und Spaß an der Freude so und jetzt können wir natürlich und nachher dann malen wir da irgendwo vielleicht die Ortskurve hin ähm jetzt können wir diese 45 Grad Frequenzen natürlich nochmal versuchen exakt zu bestimmen ist auch eine ganz nette Rechenübung so und der der Ansatz den wir eben wählen so wie schon besprochen wenn das jetzt als komplexe Zahl genau einen Winkel von 45 Grad haben soll da muss natürlich der Realteil von der komplexen Impedanz genauso groß sein wie Plus Minus der Imaginärteil von der komplexen Impedanz oder Admittanz ist ja egal ob jetzt hier ähm Z oder 1 durch Z oder Y oder was auch immer steht also Real und Imaginärteil müssen auf jeden Fall irgendwie gleich sein so und das heißt ähm das 1 durch R muss genauso groß sein wie das was hier steht also wie das Omega C minus 1 durch Omega L und jetzt können wir wieder so Trick 17 machen und das wollen wir jetzt nach der Frequenz umstellen das müssen wir jetzt nach der Frequenz auflösen weil wir suchen ja die Frequenzen bei denen das jetzt der Fall ist das sind ja dann genau unsere 45 Grad Frequenzen oder eben Kreisfrequenzen in dem Fall so und tja wie machen wir das jetzt wie stellen wir das nach Omega um also es sieht schon mal riecht riecht sehr nach quadratischer Gleichung wie kriegen wir jetzt eine quadratische Gleichung draus alles mal Omega also wenn die gesuchte Größe das Omega ist ja eine gesuchte Größe wenn die irgendwo im Nenner steht total schlaue Idee eigentlich immer mit dem Omega multiplizieren kann man nichts bei Verkehrt machen also wir nehmen das mal und multiplizieren das mal Omega und naja wenn wir jetzt schon mal irgendwie so dabei sind ja so Brüche sind ja auch irgendwie so ein bisschen elend können wir das L auch alles L lassen wir mal so stehen wir machen wir machen nur das Omega weg so also mal Omega ja dann haben wir hier kommt hier ein Omega dazu also hier kriegen wir ein Omega hin hier kriegen wir ein Omega Quadrat hin hier fällt das Omega weg so das ist ja schon mal nett dann könnten wir zum Beispiel das wäre jetzt vielleicht eine schlaue Idee um unsere Standardlösungsformel PQ Formel verwenden zu können wir teilen noch durch C ja dann fällt das C hier weg hier kommt ein C unter dem Bruchstrich dazu hier kommt ein C auch unter dem Bruchstrich dazu und dann kommen da schon mal so Terme raus die also letztendlich das erzähle ich ja auch immer wieder gerne deswegen muss man sich ja auch sowas einfach immer mal angucken 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 und immer wieder mal sehen und sehen und sehen und ein bisschen beschäftigen 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 Elektrotechnik als Volt als Volt pro Ampere und wenn ich die dann genau in dieser Art und Weise miteinander multipliziere dann kürze ich wegen Volt gegen Volt Ampere gegen Ampere und bleibt der Sekunde über also R mal C ergibt eine Zeit zum Beispiel da vereinfacht sich was das ist irgendwie gut so naja und dann was machen wir jetzt noch um auf eine quadratische Gleichung zu kommen minus den Teil irgendwie noch rüber da schreibe ich jetzt nicht mit hin ich schreibe sozusagen gleich das Ergebnis hin dann steht da 0 ist gleich Omega Quadrat minus Omega mal 1 durch RC oder 1 durch RC mal Omega wie auch immer man das aufschreiben will minus 1 durch LC ja so jetzt kann man an so einer Stelle auch immer mal über die Einheiten nachdenken ist immer nicht so verkehrt das mal zu tun so Omega hat was für eine Einheit 1 durch Sekunde wenn ich das quadriere kommt 1 durch Sekunde Quadrat raus so Omega hat was für eine Einheit 1 durch Sekunde das haben wir gerade diskutiert halt auch Sekunde also auch 1 durch Sekunde 1 durch Sekunde mal 1 durch Sekunde macht 1 durch Sekunde zum Quadrat genau das gleiche was wir vorne hatten total gut muss ja auch irgendwie so sein so und hinten naja L hat Voltsekunden pro Ampere C hat Ampere Sekunden pro Volt wenn wir das miteinander multiplizieren kommt da genau Sekunde Quadrat raus haben wir 1 durch Sekunde Quadrat ist ja auch sinnvoll weil hier kommt ja auch mit 1 durch Wurzel LC kam ja auch genau 1 durch Sekunde am Ende bei raus bei der Lunge so also das passt von den Einheiten wenn man sich unsicher ist ob man das richtig umgestellt hat also wenn die Einheit nicht stimmt wenn hier irgendwie Sekunde Quadrat und hier Sekunde kann man aufhören kann man Fehler suchen also wird nicht funktionieren never ever also wenn die Einheit nicht stimmt ist die Rechnung definitiv falsch wenn die Einheit stimmt ist das keine Garantie dafür dass die Rechnung stimmt aber ist immer schon mal ein ganz gutes Indiz dann PQ Formel Omega 1 2 2 Lösungen die da rauskommen ist Minus P Halbe das P steht hier steht hier vorne mit dem Minus also Minus Minus macht Plus Plus 1 durch 2 RC das ist das das ist das P das ist Minus macht Minus weg und die die Einhalb so Plus Minus und jetzt das zum Quadrat 1 durch 2 zum Quadrat macht 4 R Quadrat C Quadrat und dann Minus Q Minus und Minus macht wieder Plus 1 durch LC so und dann naja dann können wir jetzt über diese Formel kurz nachdenken und versuchen das mal irgendwie mit dem was wir vorher gemacht haben in Verbindung zu bringen ich schiebe mal ein bisschen hoch also hier hatten wir ja mal so ein B Omega ausgerechnet aus B Relativ mal Omega R ja und haben direkt Zahlenwerte eingesetzt wenn ich jetzt die Rechnung hier nochmal analytisch mache also das B Relativ haben wir gesagt ist 1 durch Q und Q war das also muss ich jetzt Q umdrehen das Reziproke von Q ist wieder 1 durch R mal Wurzel L durch C ja das was wir mal als Güte hatten für den Reinschwingkreis ist jetzt genau die relative Bandbreite von diesem Parallelschwingkreis so und dann mal Omega R Omega R steht ja hier 1 durch Wurzel LC so was passiert dann schönes Wurzel L kürzlich durch Wurzel L Wurzel C mal Wurzel C ergibt C mit dem R zusammen ergibt das 1 durch RC also B Omega ist 1 durch RC wie ich sage so RC ist sowas das gehört so zusammen das ist so ein Muster in so einer Formel das erkennt man so 1 durch RC so hier hier oben jetzt muss ich über die richtige Stelle finden 1 durch RC steht hier auch aber noch mit einer mit einer 2 das ist genau was das ist genau das BF halbe hier oder das B Omega halbe wenn man so will also hier steht B Omega halbe und hier steht ach so warte mal und eine Sache haben wir noch vergessen eine nicht unwichtige Sache haben wir noch vergessen sonst funktioniert natürlich der ganze Spaß hier nicht wir haben das plus minus hier vercheckt also hier steht eigentlich im Prinzip nochmal ein plus minus davor vor dem ganzen Teil so und das macht die Sache natürlich jetzt so ein bisschen komplizierter wenn man jetzt überlegen muss wo taucht jetzt hier eigentlich so ein minus auf und wo nicht also hier steht ein plus minus vielleicht ist es einfacher das plus minus auf die andere Seite zu holen ja und eben zu sagen ich darf mich braun nehmen weil das glaube ich jetzt hier eher mit sich der anderen Lösung konfusiert also ich mache mal aus dem plus minus hier mache ich mal ein plus minus hier weil der Realteil hier ist ja einfacher ja also hier vor steht jetzt ein plus minus und das plus minus das hole ich jetzt praktisch auf die andere Seite also wird hier raus ein minus plus ja und wenn ich dann hier das mache dann wird daraus wieder auch ein plus minus und hier drinnen im Quadrat ändert das nichts an der ganzen Geschichte also hier raus wird ein plus minus hier raus wird im Prinzip genau das plus minus halbe Bandbreite so und das hier hinten das hatten wir letzte Woche auch schon mal so grob andiskutiert wenn ich jetzt den Teil zuhalte bleibt was über was ergibt der Rest der hier noch steht Omega R die Resonanzfrequenz ja so und die also genau das was wir hier geschrieben haben 45 Grad Frequenzen ist Resonanzfrequenz plus minus halbe Bandbreite die Resonanzfrequenz ich nehme ja noch mal ein paar Farben und mache es noch ein bisschen schön bunt dann erkennt man es besser ja so also die Resonanzfrequenz das hier ist im Prinzip genau der Teil hier hinten wenn man der Teil hinten wenn man so will ja mit der Wurzel davon so und die halbe Bandbreite plus minus die halbe Bandbreite das ist genau der Teil der hier steht so und das was jetzt diese näherungsweise Lösung von der exakten Lösung unterscheidet ist genau das hier ja das ist genau dieser Teil also ähm ja und ich meine der sollte eigentlich ne wenn diese wenn diese Band also wenn wir eine hohe Güte haben wenn wir eine hohe Güte haben haben wir eine kleine relative Bandbreite dann ist die absolute Bandbreite ja ich kann ja auch bei dem BF gucken egal also wenn ich eine hohe Güte habe ist das klein dann ist die Bandbreite auch klein gegenüber der Resonanzfrequenz so und das ist ja hier sowas wie ein Viertel der Bandbreite zum Quadrat und das ist klein gegenüber der Resonanzfrequenz also fällt das im Prinzip dann desto höher die Güte ist desto weniger fällt das ins Gewicht weil der Teil dann immer kleiner wird immer kleiner wird gegenüber dem Teil hier aber eine schlechte Güte haben 10 ist jetzt keine sonderlich gute Güte ne dann dann kann der natürlich schon irgendwie einen Einfluss haben so und jetzt naja jetzt müsste man das im Prinzip einfach ausrechnen was hier passiert ja also wenn ich das jetzt wieder so mit meinen rudimentären kopfrechen Kenntnissen mache dann würde ich sagen also hier kommen jetzt eben auch plus minus 8 Hertz raus ja so und hier hinten haben wir ja irgendwie diese diese 1000 zum Quadrat weil das die 1000 waren ja die Wurzel naja jetzt müsste ich das eigentlich streng genommen wieder in in braun schreiben weil das ja für diese braunen Zahlenwerte gilt also das sind die 8 Hertz so und hier steht ja im Prinzip 8 Hertz zum Quadrat also plus minus hier steht das ist ja der gleiche Wert hier plus quadriert 8 Hertz sind eben 16 Hertz Hertz 16 Hertz zum Quadrat ne Quatsch 8 zum Quadrat sind doch nicht 16 das sind 64 so also das macht sollte 64 ihr könnt das gerne mal mit dem Taschenrechner ausrechnen ich übernehme hier für gar nichts eine Garantie so und ja wo ist das so ne warte mal das ist ja das ist ja nicht auf Herz bezogen das ist ja hier unten mit B Omega das waren das waren 1000 das ist schon alles falsch hier was steht muss das nochmal weg machen ich hab jetzt hier Frequenz und Kreisfrequenz grandios durcheinander gebracht so also das waren 1000 ne von den 1000 haben wir jetzt die Hälfte das macht 50 also hier steht plus minus 50 1 durch Sekunde ich überlege ob das passt er hat nur gesagt ja genau das könnte könnte so hinpassen ne also 8 mal 2 mal Pi sollte das ja sein so und dann steht in der Wurzel drin 50 zum Quadrat sind 2500 das kann ja auch rechnen 2500 1 durch Sekunde zum Quadrat und das hier hinten sind jetzt die 1000 zum Quadrat das macht eine Million das sind 10 hoch 6 1 durch Sekunde zum Quadrat so und jetzt kann man sich eben überlegen ob zu den eine Million 2500 dazu oder nicht also wenn ich eine Million Euro auf dem Konto habe und jemand schenkt mir noch 2500 dazu sage ich ach kannst du behalten fahr mal schön in den Urlaub oder so weiß nicht würde ich jetzt würde ich sagen spielt keine Rolle ich habe keine Millionen auf dem Konto deswegen möchte ich das nicht nicht beantworten aber also aus Ingenieursicht würde man sagen geht im Rauschen unter also ja klar hat das einen gewissen Einfluss aber wenn ich am Ende ziehe ich ja von dem ganzen Spaß auch noch wieder die Wurzel und dann da gibt es ja auch so Mathe-Memes mit unter der Wurzel von einem Baum liegt eine Schatzkiste und da liegen eine Million Euro drin und dann buddelt jemand die Schatzkiste aus unter der Baumwurzel holt die hoch macht die Kiste auf sind nur noch 1000 Euro ja also natürlich lagen vorher eine Million Euro Quadrat drin aber danach eben nur noch 1000 Euro und das gleiche Problem haben wir auch so ein bisschen ja also dass dann ich rechne auf das das dazu und am Ende ziehe ich wieder die Wurzel und dann ist der ja also weiß nicht kann man jetzt hat das weiß nicht hat das irgendjemand ausgerechnet was jetzt hier rauskommt und ist das weicht das akut von dem ab was wir jetzt hier vorher hingeschrieben haben ne ungefähr gleich ja also wenn man ja weiß nicht wenn man das sehr präzise misst und wenn man eben auch sehr genaue Bauelemente hat und so dann mag das alles einen Einfluss haben aber ansonsten kann man sich diese exakte Lösung eben sparen und kann auch ganz gut mit der näherungsweisen Lösung glaube ich agieren es sind nur ein paar Nachkommastellen was sind schon 3db unter Freunden sagt man auch so so ich weiß nicht gab es noch eine Frage ihr habt über die Plus Minus geredet also ich meine irgendwie brauchen wir hier oben ich mache jetzt mal das Plus Minus hier weg also irgendwie brauchen wir hier oben können wir gleich noch beim Zeigerbild bei der Ortskurve sehen irgendwie brauche ich hier oben Plus Minus an der Geschichte ja so weil ich muss ja die Plus 45 Grad und ich muss die Minus 45 Grad irgendwie abfackeln ob ich jetzt das ob ich jetzt das Plus und ich meine also was man noch so sagen kann ist wenn ich eine wenn ich eine Impedanz und eine Admittanz habe dann hat die immer einen positiven Realteil weil der Realteil entspricht ja sowas wie einem Wirchwiderstand und ein Widerstand muss immer positiv sein gibt keine negativen Widerstände zumindest ist das nicht physikalisch sinnvoll also ist der Realteil immer positiv ja und deswegen sagen wir auch minus 45 Grad Frequenz plus 45 Grad Frequenz und dann kann ich eben einmal sagen ich habe einen positiven Realteil und einen positiven Imaginärteil oder ich kann eben sagen ich habe einen positiven Realteil einen negativen Imaginärteil so also eigentlich steht hier so ein plus minus ich kann jetzt aber natürlich das plus minus auch auf die andere Seite der Gleichung mogeln das habe ich jetzt mal gemacht weil hier habe ich ja nur einen Term da habe ich nur einen Term wo ich ein plus minus vorschreiben muss hier drüben hätte ich jetzt zwei Terme wo ich einmal sozusagen ähm ich kann ja nochmal ich kann ja nochmal Variante Variante rot äh machen probieren ja also wenn ich das mit einem plus minus hier mache dann hätte ich hier sozusagen plus minus und hier hätte ich ein minus plus ja so und jetzt hole ich das auf die andere Seite rüber dann bleibt das auf jeden Fall immer ein minus aber ich hätte hier sozusagen einmal ein plus minus und einmal hier ein minus plus und dann wird das hier mit der Fallunterscheidung so ein bisschen fieser weil ich einmal dann die ganze Gleichung im Prinzip irgendwie nochmal mal minus 1 rechnen müsste weil sonst gilt ja meine Lösungsformel nicht ja wenn ich ja also eigentlich und am Ende komme ich irgendwie muss ich am Ende wieder auf das gleiche rauskommen was ich hier vorher schon hatte so und im Prinzip durch das plus minus hier und durch das plus minus hier hat die quadratsche Gleichung natürlich eigentlich also eigentlich vier Lösungen genau aber es kommen zwei positive Frequenzen raus die sind sinnvoll und es kommen zwei negative Frequenzen raus die sind Quatsch ja die sind sozusagen nur die ergeben sich nur aus dieser aus der aus der Mathematik genau die sind einfach nur mathematische Lösungen aber keine physikalische Lösung so 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 sieht es ungefähr aus so und jetzt kann ich hier unten nochmal großzügig Platz schaffen und dann können wir da versuchen noch ein Zeigerbild oder Nordscore Wind zu zeichnen das sollten wir auch jetzt in der Verbleibungszeit noch ganz gut schaffen dann haben wir diese Aufgabe auch mehr als ausführlich besprochen es hat sich übrigens letztens ähm da kann ich ja Anekdote beim Abwischen erzählen um die diese Zeit ein bisschen zu überbrücken äh jemand unter also ich hab die Aufzeichnung von letzter Woche äh bei YouTube hochgeladen und äh dann hat irgendjemand unter dem Video kommentiert 90 Minuten für die für die Lösung einer solchen Aufgabe als Erklärvideo das ist ja bodenlos und dann hab ich äh drunter geschrieben ja es ist halt ein ganz normaler Lehrveranstaltungszeit es tut mir leid äh es ist nochmal 90 Minuten und wenn man die nebenaufzeichnung kommt ein 90 Minuten Video raus und man es gibt ja auch Kapitelmarken man muss das ja nicht im Gänze anschauen man kann ja auch irgendwie vorspringen und nachspuren aber es ist ja nicht so dass ich irgendwie äh sechsmal 15 Minuten mal das gleiche erzähle sondern es passiert ja schon irgendwie substanziell was in in diesem Video aber es ist nochmal so lang wie es so ist ähm ähm mein guter Kollege Henrik Steinbeck hat dazu gesagt Matthias selber schuld wenn du freie Bildung freie Bildung ins Internet stellst dann kommen eben Leute und schreiben das ist bodenlos so also mal ein Zeigerbild und oder eine Ortskurve und ich male jetzt mal weil ich jetzt viel Platz geschaffen habe male ich mal sozusagen zwei Ortskurven hin und weil wir wissen dass wir das jetzt für die Admittanz machen und oder was soll man eigentlich für eine Ortskurve konstruieren auch die von der Impedanz die von der Impedanz richtig so wir fangen aber auch mit der Admittanz an weil die Admittanz haben wir ja aufgeschrieben die ist ja einfacher und aus der Admittanz entwickeln wir dann die Impedanz so ist der Weg und deswegen male ich jetzt zwei komplexe Zahlenebenen hin also eine imaginäre Achse und eine reelle Achse und das gleiche nochmal eine imaginäre Achse eine reelle Achse Realteil Realteil Imaginärteil und Imaginärteil und zwar einmal für schon angesprochen die Admittanz dann schreibe ich mal hier drunter mal ein bisschen quetschen und hier oder man kann auch geschweifte Klammern nehmen ist eigentlich egal hier für die Impedanz so und warum reicht es aus den ersten und vierten Quadranten oder sozusagen die rechte Halbebene dieser gaussischen komplexen Zahlenebene zu zeichnen und warum brauche ich keine komplette gaussische Zahlenebene ja also weil weil ja unser Winkel hier nur von minus 90 Grad bis plus 90 Grad geht und weil eben ja der Realteil von der Impedanz dem Widerstand entspricht und der Realteil von der Admittanz dem Leitwert und Leitwert und Widerstand sind eben immer positiv ja die können nur also wenn ich Impedanz und Admittanz Ortskurven Zeigerbilder und sowas zeichne brauche ich immer nur die rechte Halbebene weil auf der linken Seite passiert eben nichts wenn da was auf der linken Seite passiert habe ich potenziell irgendwas falsch gemacht so und jetzt können wir irgendwie anfangen und können uns überlegen jetzt brauche ich jetzt nehme ich auch wieder hier noch ganz viele wilde Farben das ist immer gut die vielfältigen multimedialen Möglichkeiten dieser Tafel zu nutzen fangen wir mal an mit dem Widerstand so also ich habe ein 1 durch R und das will ich jetzt hier irgendwie einzeichnen in welche Richtung zeigt das in Richtung der reellen Achse ist ja rein reell ist ja nichts drin so also schreibe ich mal hin das hier wäre das YR das ist sozusagen das hier ja und wenn der wenn der Widerstand groß wird dann wird das eben kleiner wenn der Widerstand klein wird wird das größer aber im Normalfall wird das eben relativ klein sein so dann brauche ich als nächstes dazu ein J Omega C wie sieht das J Omega C aus das zeigt nach oben ja und jetzt mache ich mal so also wenn ich wenn ich das jetzt für die Resonanzfrequenz zeichnen würde jetzt habe ich das hier schon fast ein bisschen lang gezeichnet dann wäre das ja genau weil wir Güte 10 ausgerechnet haben wäre das genau 10 mal so lang zeichne ich mal ungefähr so sagt das ist jetzt hier ungefähr Y C von Omega R ja und ansonsten naja wenn die Frequenz kleiner ist mal hier dann wird das kleiner wird der Zeiger kleiner wenn die Frequenz größer wird wird das immer größer immer größer so also das ist jetzt ein Zeiger ja und ich mal sozusagen die ganzen Zeigerspitzen die sich hier ergeben wenn ich alle diese Zeigerspitzen mit einer Linie verbinde dann kommt praktisch die Ortskurve bei raus also der ich mal hier so ein bisschen größer hier das war jetzt vielleicht mein spezieller Zeiger YC von Omega R aber ansonsten ist diese grüne Kurve hier das wäre das Y von ganz allgemein von Omega als Ortskurve ja also eine Ortskurve ist immer für verschiedene Frequenzen ich male das auch für verschiedene Frequenzen und die wenn das Omega steigt geht die Ortskurve hier in diese Richtung nach oben weg weil nach oben wegen J und größer wegen Omega so dann haben wir als letztes noch diesen Term hier 1 durch J Omega L also das hier kann ich nochmal ran schreiben das war jetzt das YC Komplex und das blaue wird jetzt ein YL Komplex so wie und wo zeigt das hin nach unten ja weil 1 durch J ist ja Minus J so und wenn ich das jetzt wieder für die Resonanzfrequenz zeichne sollte das genauso groß sein wie das was ich hier oben angezeichnet habe aber eben nach unten zeigen also das sollte sein YL von Omega R als Zeiger und ansonsten naja wenn ich jetzt die Frequenz kleiner mache wird das größer weil 1 durch was Kleines ergibt was Großes also für kleinere Frequenzen wird das hier unten eigentlich immer länger und für große Frequenzen eins durch was Großes wird immer kleiner und kleiner und kleiner und geht dahin also diese Linie hier ist dann die Ortskurve von dem YL von Omega aber das Omega wird auch nach oben größer also hier unten geht sozusagen das Omega gegen 0 und hier oben ist die Stelle wo das Omega gegen unendlich geht und hier bei der bei der Ortskurve bei der Grün ist es genau umgekehrt da ist hier die Stelle wo das Omega gleich 0 ist und hier oben ist die Stelle in die Richtung wo das Omega gegen unendlich geht so und jetzt muss ich die drei aneinander rechnen ja und jetzt habe ich also irgendwie habe ich jetzt schon mal entweder YC an das YR angerechnet oder ich habe YL an das YR angerechnet ich habe die jetzt nicht hier direkt auf der reellen Achse gezeichnet ich habe die schon mal so ein bisschen verschoben so aber jetzt muss ich noch die irgendwie zusammen rechnen die beiden dafür nehme ich jetzt nochmal eine neue Farbe nehme ich jetzt mal rot also das alles zusammen oder eben das hier das Y Gesamt so und also wo muss das erstmal so ganz allgemein liegen jetzt da in der komplexen Zahlenebene als Ortskurve zieht sich ja alles zusammen ne 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 ja also nur bei Resonanz ist das genauso lang wie das aber wenn ich zu tiefen Frequenzen gehe wird das hier immer länger und das immer kürzer wenn ich zu hohen Frequenzen gehe wird das immer kürzer und das immer länger also auf jeden Fall muss die Gesamtortskurve irgendwo hier so liegen ja und jetzt können wir gucken also bei tiefen Frequenzen gewinnt das hier unten also wenn ich addiere dann auf eine Null praktisch ein Minus und endlich drauf starte ich bei Minus und endlich also hier unten ist auch die Stelle wo hier das rote das rote ist jetzt mein Y Gesamt von Omega und hier unten ist die Stelle wo das Omega gegen Null geht so bei der Resonanzfrequenz ist das genau positiv das genau negativ wo lande ich dann insgesamt genau in der Mitte ja also dann ist hier die Stelle wo Omega gleich Omega R ist ja das war vorher diese Stelle hier hier war hier hat ich vorher gesagt hier ist Omega gleich Omega R und hier unten war Omega am Ende dieses Zeigers war auch das Omega gleich Omega R so und positiver negative Länge ergibt das hier genau in der Mitte und dann ist das hier oben hin also wenn ich jetzt zu höheren Frequenzen gehe das hier unten wird zwar kleiner das blauer aber das grüne wird immer länger dann wandere ich nach oben also hier oben ist auch das wo für die rote Kurve das Omega gegen unendlich geht hier in die Richtung also bei für die rote Kurve ist es auch so dass die mit wachsendem Omega läuft diese Kurve nach oben so also die Admittanz Ortskurve die Gesamtadmittanz Ortskurve dieser Schaltung sieht so aus das ist eine vertikale Linie parallel zur imaginären Achse die um den realen Anteil von dem Widerstand da verschoben ist und die läuft von Minus Unendlich bei Frequenz Null bis Plus Unendlich bei Frequenz Unendlich und genau bei der Resonanz Frequenz hat die genau Null als Imaginär Teil das ist das was für die Admittanz Ortskurve rauskommt so und jetzt rechnen wir die Impedanz Ortskurve aus ja und Impedanz heißt ja hier Z ist 1 durch Y und das nennt man Inversion und für Inversion gibt's dann drei Inversionssätze also für eine Gerade durch Null Punkt ergibt wieder eine Gerade durch Null Punkt das erste Inversionssatz wir haben eine Gerade die nicht durch den Ursprung läuft nicht durch den Null Punkt läuft die ergibt einen Kreis der durch den Null Punkt läuft und der dritte Inversionssatz sagt wenn man einen Kreis hat der nicht durch den Ursprung läuft ergibt der auch der Kreis nicht durch den Ursprung läuft also da steckt auch so eine Dualität drin wenn man so will irgendwie so und wir brauchen auf jeden Fall den Zweiten Gerade nicht durch Null Punkt ergibt einen Kreis der durch den Null Punkt läuft und naja jetzt muss man sich so ein bisschen überlegen also hier auf jeden Fall muss schon mal der Kreis sein der muss durch den Null laufen so und in dieser Inversion steckt ja immer drin wenn ich jetzt mal eine Zahl schreiben würde als komplexe Zahl mit einem Betrag und einem Phasenwinkel und ich rechne 1 durch diese komplexe Zahl mit einem Betrag und einem Phasenwinkel dann habe ich eine Betragsinversion 1 durch den Betrag und ich habe eine Winkelinversion eine Phaseninversion 1 durch den Phasenwinkel macht Potenzen werden dividiert indem man die Exponenten subtrahiert wird einfach was Negatives draus also immer wenn ich hier einen positiven Winkel habe wird invertiert ein negativer Winkel draus wenn ich hier einen negativen Winkel habe wird invertiert ein positiver Winkel draus wenn ich hier einen Winkel 0 habe wird der invertierten Winkel 0 draus das macht die Winkelinversion und Betragsinversion macht 1 durch was Großes ergibt was Kleines 1 durch was Großes 1 durch was Mittelmäßiges ergibt was Mittelmäßiges total einfache Sache kann man einem Kind in der 5. Klasse erklären so und jetzt gucken wir was hier so schön passiert also auf jeden Fall haben wir hier so einen Punkt der hat einen Winkel von 0 und der hat hier den kleinsten Abstand richtig weil wenn ich hier nach oben laufe wird der Abstand zum Nullpunkt immer größer und größer und größer und größer und größer ich habe hier den kleinsten Abstand 1 durch das kleinste ergibt das größte und 0 Grad ergibt invertiert 0 Grad also wird genau aus diesem Punkt hier aus diesem Punkt ergibt sich dann dieser Punkt hier wo Omega gleich Omega R ist jetzt wird das nach hier oben wird jetzt der Betrag immer größer immer größer immer größer immer größer und der Winkel geht von 0 gegen 90 Grad so wenn ich das jetzt invertiere heißt das der Betrag wird immer kleiner immer kleiner immer kleiner und der Winkel geht nicht gegen 90 Grad sondern geht gegen minus 90 Grad so jetzt mache ich das mal also das ist der Betrag die Richtung deines Winkel und jetzt wird der Betrag eben immer kleiner immer kleiner und der Winkel geht gegen 0 Grad und dann gegen minus 90 Grad sieht das Ganze so aus Betrag wird immer kleiner 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 und Richtung Winkel geht gegen minus 90 Grad jetzt habe ich den Teil nach hier oben invertiert das war das wo die Frequenz gegen unendlich läuft also hier in die Richtung wird die Frequenz größer und naja wenn ich das hier mal so markiere mit so einem Kreuz also das ist die Stelle mit dem Kreuz das ist das wo Omega gegen unendlich läuft so und jetzt kann ich noch den anderen Teil invertieren also da passiert aber genau das gleiche logischerweise ja also auch hier wird der Betrag 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 wird immer größer immer größer immer größer der Phasenwege geht gegen minus 90 Grad und wenn ich das invertiere Betrag wird kleiner 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 Phasenwege geht gegen plus 90 Grad kommt da genau der andere Halbkreis bei raus ja und wenn ich hier unten mal also hier so ein Viereck an die Stelle ran male hier unten wird das immer größer immer größer immer größer werden dann wird das hier immer kleiner immer kleiner immer kleiner hier geht der Winkel gegen minus 90 Grad hier geht der Winkel gegen plus 90 Grad dann ist das genau die Stelle wo das Omega gegen 0 geht so und das ist dann die Ortskurve von der Impedanz in Abhängigkeit von der Frequenz so weit so logisch und der zweite Inversionssatz sagt uns auch noch hast du recht weil aus einer gerade nicht durch den Koordinaten Ursprung wird eben dieser Kreis durch den Koordinaten Ursprung weil hier laufe ich ja potenziell immer unendlich weit hoch 1 durch und endlich wird 0 also komme ich hier von unten an und hier laufe ich nach minus und endlich weg 1 durch minus und endlich wird sozusagen dann plus 0 mit dem Phasensprung dann komme ich so und jetzt die letzte spannende Frage wo finde ich jetzt hier die 45 Grad Frequenzen da wo 45 Grad Winkel ist also wenn ich jetzt hier 45 Grad abtrage nach hier und nach hier oder eben auch hier und hier dann wäre genau hier eben das Omega Omega plus 45 Grad ja weil hier der Phasenwinkel der Admetanz plus 45 Grad ist und hier wäre das Omega gleich oder das Omega minus 45 Grad weil hier der Phasenwinkel minus 45 Grad ist wenn ich die jetzt aber invertiere negativer Winkel wird invertiert positiver Winkel dann wäre hier das Omega minus 45 Grad also zumindest wenn die 45 Grad auf die Admetanz bezogen ist und hier unten habe ich die Stelle nicht so ganz erwischt dann ist hier das Omega plus 45 Grad was wir vorher ausgerechnet haben und ist ja auch irgendwie also funktioniert ja auch wieder weil das Omega oder F minus 45 Grad war ja kleiner als die Resonanz Frequenz das war größer als die Resonanz Frequenz das war genau alles genau andersrum als beim Reinschwingkreis letzte Woche und deshalb wenn ich jetzt hier von der Frequenz hier unten eine Frequenz 0 anfange die Kurve hochläufe kommt erst die minus 45 Grad Frequenz dann kommt die Resonanz Frequenz dann kommt die plus 45 Grad Frequenz dann geht es weiter und hier genauso fange ich bei 0 anzulaufen kommt erst die minus 45 Grad Frequenz dann die Resonanz Frequenz dann die plus 45 Grad Frequenz und laufe ich zu noch höheren Frequenzen da weiter und beim Reinschwingkreis war das genau also das wäre wieder duale Schaltung da wäre das wäre die Impedanz das wäre die Admittanz und potenziell wären natürlich diese 45 Grad Frequenzen dann vertauscht weil wir die da mal was ich auf die Admitt auf die Impedanz bezogen haben so und jetzt kann man sich natürlich irgendwie noch so ein bisschen überlegen naja wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Widerstand hier hätte also ich habe jetzt keinen super idealen reinen Parallelschwingkreis sondern diese Spule hier die hat noch so einen Widerstand ja so dann selbst wenn die äh warten wir die Spule hier hinten ja also selbst wenn die Frequenz gegen 0 geht hat das ja trotzdem nicht beliebig viel also da muss man sich eigentlich überlegen was hier passiert weil eigentlich taucht ja hier dann so 1 durch r plus j auf hier ist es fast einfach zu überlegen also wenn ich dann zu ganz tiefen Frequenzen gehe dann habe ich ja keinen perfekten Kurzschluss keinen perfekten induktiven Kurzschluss sondern ich habe einfach immer noch den Wert von diesem Widerstand hier und den Wert von diesem Widerstand der würde eben sowas hier machen also dieser was weiß ich r cu kupfer widerstand den würde ich genau hier so sehen r cu so und das heißt ich würde bei Omega geht gegen 0 nicht im Nullpunkt starten sondern ich würde hier starten und dann würde das eben kein Kreis sein sondern das würde irgendwie sowas sein ja so und dann kann man sich überlegen naja dass die also was haben wir gesagt Resonanzfrequenz ist die wo die Impedanz so ein Maximum hat oder so Minimum hat also wo die den größten Abstand vom Korneanursprung hat und das könnte dann potenziell irgendwo hier oben sein ja das muss nicht mehr genau auf der Achse sein also die Resonanzfrequenz wäre dann vielleicht irgendwo hier und wie würde man diese Frequenz hier nennen wo sich real und genau gegenseitig aufheben und dann Phasenwinkel von 0 rauskommt haben wir letzte Woche mal in der Vorlesung besprochen wo sich wo sich real und imaginär genau gegenseitig aufheben und sozusagen in ihrem Einfluss kompensieren nennt man das Kompensationsfrequenz oder Kompensationskreisfrequenz ja und also das ist das was ich meine wenn ich so einen idealen Schwingkreis habe dann ist es gibt da x Frequenzen Eigenkreisfrequenz Dings die sind irgendwie alle gleich und wenn ich jetzt so nicht idealen Schwingkreis habe dann können die auch mal unterschiedlich sein aber wenn die Güte groß genug ist und so dann sind die wieder relativ dicht beieinander und dann kann ich mal also die ausrechnen ist schwierig weil da müsste ich gucken wo hat das hier das Maximum und müsste irgendwie den Betrag mir angucken und den Betrag über die Frequenz ableiten und gucken wann wird da die Ableitung 0 um diese Extremstelle zu berechnen werde ich ewig und drei Tage nicht fertig aber imaginärter einfach 0 setzen ist viel einfacher und dann kommt eben diese Kompensationskreis Frequenz raus und die liegt dann im Idealfall irgendwo in der Nähe von der echten Resonanz Frequenz so ist so die Idee und so hängen die so miteinander zusammen und also sowas hier so das ist irgendwelche Schwingkreise und dann kommen da eben so Spiralen und Schleifen und so Sachen bei raus wenn man da jetzt Ortskurven von Zeichen und Ortskurven kann man eben natürlich auch wunderbar mit MATLAB mit Octave mit Python simulieren ja indem man einfach die Formel nimmt verschiedene Kreisfrequenzen einsetzt und das Realteil und Immanuel Teil gegeneinander plottet oder das kann man auch wunderbar mit LTSpice machen indem man stellen weil Nyquist eben der Herr war der das mal gemacht hat also wie gesagt das wäre ein ein Bode Diagramm im Englischen so Amplituden Phasengang und das wäre ein Nyquist Diagramm das was wir im Deutschen als Ortskurve bezeichnen so gibt es weitere abschließende Fragen Ideen Anregungen Hinweise Kommentare das scheint nicht der Fall zu sein dann vielen Dank und bis nächste Woche kommen